. Will ich die Tür jetzt einfach nochmal besiegen? Das Spiel ist ne Qual. Lol. Ich hab gerade im richtigen Moment Start gedrückt. Haha, dann sieht sie ganz leicht. Ähm, hallo? Ok, es ist kein Crash gekauft. Ich muss hier alles durchlaufen, nur um dieses scheiß Remo beizufangen. Die scheiß Aufnahme geht jetzt ne halbe Stunde. Ich hab noch gar nichts bekommen. Bei 72 Krypto Pokémon hab ich gefangen. Von dreien. Muss ich hier lang? Nein. Endlich bin ich da. Nach über einer Viertelstunde. Ok, bei wem? Bei wem? Bei wem muss ich das jetzt fangen? Hm, hier steht jetzt nicht da, weil ich das Krypto die hab. Ah, Schatz. Da ist es doch Remo halt. Endlich. Das letzte Krypto. Also nicht das ganz letzte, aber das letzte, damit es endlich weiter geht. Danke. Danke. Love Disc. Ja, witzig. Ich muss dann nochmal hierher. Genau. Ja, witzig. Ja, witzig. Danke. Ach scheiße Alter warum ist ich so stark Ich muss mal testen ob mein Audiogerät aufhört Gib die Kette zurück A-Pong A-Pong Ich habe sie endlich alle, alle Krypto Pokémon Die Story kann fortgesetzt werden Ja sie ist da die E-Mail Okay ich weiß jetzt echt nicht wie lang der Part schon geht hier steht 40 Minuten aber Ich bin Dash von Freinac, ich bin nur ein ordinerer Bürger, der sich um die Stadt fahrradieren kann Was gibt dir das Recht, mich zu attacken? You don't deserve any respect, as a trainer, share my new Okay, da ist irgendwas falsch, weil ich ihn nicht angegriffen habe Und zwar, das ist dieser Typ Ich rede jetzt mal mit ihm Ähm, ja, ich habe dir die E-Mail gesendet Warum hast du mich angegriffen? Machst du das zwar nicht so? Nein Ähm, ich hoffe mal, ich kriege jetzt noch eine E-Mail, wenn ich nach Pyritus fahren Da ist die nächste E-Mail Ah, jetzt nett I analysed the Shadow Pokemon list some more and discovered the very last one The last Shadow Pokemon was to get it Okay So, mal schauen Snackliste To get it Ähm, wo ist das Gefängnis? Ach, kriegt noch eine E-Mail, das... Naja, okay Ich habe mich schon gewundert, was ich jetzt machen muss I spit in the under Look, I carved you one film in an unbelievable scene that's terrible and shocking Was your problem? Why are you attacking people with a shadow tactic? Ja, da ist wohl ein Doppelgänger von mir unterwegs Ich habe noch eine E-Mail Und noch eine E-Mail Ich habe noch eine E-Mail Und noch eine E-Mail Ich habe noch eine E-Mail Und die nächste E-Mail Und die nächste E-Mail Noch mal die... Und zum zweiten Mal This is the shocking footage of a Pokemon attack on people Viewer discretion is advised We bring your story from the outskirts stand This is an exclusive scoop with a video feed Okay, dann geht es zum outskirts stand This is Rookie reporter Anchor live on the scene A shocking new development has emerged Just when the battle ended Another shady man appeared And he looks exactly the same as the other man What's going to happen here? I, Anchor, will remain on the scene To bring you this breaking story Oh hey, it's you You couldn't be again, it seems Wait, last thing in second Why are there two of you? Fufufu Fufufu The Wism plans is uncanny, hey? You are me and I am you And we are all together here I can see that you don't understand But there is one thing certain You are going to battle me Und der hat das letzte Krypto Shadygein Nilk What the fuck are those? Ach du Level 20 Ich versuche es direkt einzufangen, oder? Ich versuche es direkt einzufangen, oder? Beständlich, hoffe ich. Eins, zwei, drei. Kenn ich die Pokémon von irgendwoher? So ein Idiot. Ich kenn die Pokémon. Ich weiß aber leider nicht, wer es ist. Ich hoffe mal, es überlebt. Ja. Oh, es sieht dann nix aus. Und es reicht nicht. Aber dafür reicht das. Melothek? Ich glaube, das sind die besten Pokémon im Spiel. Die hier gerade alle zusammenkommen. Das dürfte Melothek auch treffen. Alter, dieser Part geht schon eine Dreiviertelstunde. Zum Glück schneide ich das so sehr runter, dass wir es nicht machen. Halb so lang ist. Ach, wie dumm bin ich. Ich hoffe, ich finish... Ich finish erst nicht. Oh man, ich bin so dumm. Okay, das war sowieso relevant. Habe ich mehr oder weniger Glück gehabt. Komm schon. Psy-Beam. Psy-Kick. Ich hätte vielleicht mal Melothek rausnehmen können, aber okay. Amaldo, ja. Das sind so die besten Pokémon von den guten Trainern, gegen die ich gerade kämpfe. Also von den Antagonisten. Hauptantagonisten. Ich gehe ziemlich leicht zu dich rein. Ich hoffe mal, das macht sich nicht bestraft. Mal schauen, was Secret Power ausrichten kann. Okay. Coolie gehütt, nice. It would take me to do it. Good going. My name is Fine. I'm the Master of Disguise. Bist du Wario? oder... How do you like the job I did? Your reputation totally trashed. Krasser shit. War's das? War's das tatsächlich? Maybe... Häh. Bleib doch stehen. Ich hab ihm gesagt, du darf stehen bleiben. So, ich kann nicht mehr gegen Miracle B, oder wie der Typ heißt, auf Deutsch, weiß ich leider nicht, antreten, also den selbstbestimmten Nachfolge von Die Queen. Und das war's dann mit dem Projekt, das ist etwas nervig, dass man immer diese Typen neu besiegen muss und nicht einfach vorbeilaufen kann, hat man ja gesehen, denke ich. Und dann bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017